Hallo, ich bin Luise, ich spiele seit acht Jahren Horn. Ich bin Arnton und ich spiele auch seit acht Jahren Horn. Ich bin Lucia, ich spiele seit fünf Jahren Horn. Ich bin Noretz und spiele auch seit fünf Jahren Horn. Unser Quartett spielt seit zwei Monaten zusammen. Wir werden jetzt das Konzertinum von Alexander mit Hufen spielen und daraus den ersten Satz. Eine schöne Adventszeit. Frohe Weihnachten. Musik 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 Musik